Yo, erste Runde Modern Warfare, guck mal eine Feuerwehr und noch eine Feuerwehr und ein Bus auf der Seite. Erste Runde Modern Warfare Beta. Ich habe keine Ahnung, was wir machen müssen. Hallo, können Sie mir sagen, was ich machen muss? Jack, es ist okay. Okay. Allora. Okay, mein Freund, Bro. Ja, mein Baby. Ich liebe dich. 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 Alle Bedrohungen müssen besitzen. erst mal alles stumm schalten test wachstädt aus mikrofon ich glaube ich dürfen sie nicht hören ich renne einfach mal der masse alter ich habe ihn ausgeschaltet aber nur weil er vor mir zehn andere gekillt hat ich habe meinen ersten kill gehabt wir werden wahrscheinlich wenn das neue wort rauskommt keine ahnung wo ich hier hin muss was ich hier machen muss das neue wort in sohn rauskommt wer also was und zweiter soll ja auch noch ende des jahres rauskommen werde ich wahrscheinlich sehr viel davon spielen das ist einfach mal so ein spiel habe was so multiplayer mit anderen leuten zusammenspielen kann ich kenne die karten hier nicht ich weiß ja gar nicht weiß nicht was ich machen soll das ist ein eigener wird so langsam beim tränen meine haus sendte drohen ist über mir hängen da in der bude drin das sind die gleichen die mich eben schon ich weiß leider nicht wo es ist ich habe keine ahnung weiß nicht was wir machen müssen ich weiß nicht was das für eine map hier ist ob wir was erobern müssen so mit dem heli irgendwas ist da vorne in 54 metern in dem haus sind welche drin über auf dem dach sind welche bin ich gut weiß nicht wenn ich regelmäßig spiele und viele spiele werde ich vielleicht gut nicht gut aber besser wir damals ja bei worsen einsatzes rauskam ja ein bisschen gespielt habe ich auch gemerkt ich habe besser worte von einem haus das war nicht lehnen okay okay E ist granade E ist granade nehmen wir an mich selber jetzt bin ich aber auch so ein camper ey krass du musst kommt nicht aus aus so aus wir sind nicht wort und der ist gut feindliche drohne über uns wir stoßen vor, haltet den druck aufrecht ach der hat einer der tür gewartet wieso gehe ich denn nur fünf punkte wenn ich ein kill mache wer hat das das springen hier nur fünf punkte es muss die gucken ob ich die minimap kurser machen auf alter der drei stücke wischen alter muss gucken ob ich die minimap größer krieger später Sniper 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 одного Stattdome eine nachgeladen habe alle wieder war nahkampf schlagen nicht v doch schön ins bonn rein danke ich glaube es gibt keinen direkten sporn dann gehe ich mal rein das sind auf der mini sterben gerade ganz für viele von meinen leuten ich weiß nicht was ein juggernaut ist ich glaube das wissen einer mit einer großen gang woher von hinten ich dachte schließlich sahen aus als ob die von vorne kommen kacke wenn du ins bonn direkt wir müssen irgendwas an dem punkt da machen nur keine ahnung was so kann ich mich bei der tür aufstürzen auf mein zeichen hat also wenig sin wir sind ganz viele lang gelaufen da war noch die dumm war das denn ich habe gedacht er kommt gleich rein aber ich habe in dem moment nicht hingeguckt weil ich tatsächlich gerade geguckt habe mit was von der taste ich mich hinknien kann du kannst doch irgendwie lehnen irgendwie kann man lehnen hat er der hatte eben links rechts gemacht die kohle aus alt ist das ist stg alt ist befehle stg ist hinlegen da muss ich mal wieder steuern guck mal da oben auf dem siehst du die ganze auf der auf dem da oben da siehst du in welcher ich bin hier völlig unvorbereitet reingegangen ich bin hier völlig unvorbereitet reingegangen also das man ich habe keine ahnung was wir machen müssen das ist neu bei der werfen hat habe ich gar keinen bock drauf das ist halt so geil an das ist gesehen darauf den wollte ich gerade schießen wir haben die 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 Das ist noch einer in dem Haus drin. Ich mache aber nur Kills, weil hier ein Noob Lobby ist. Definitiv. Jetzt würde ich hier keine Kills machen. Guck mal, es macht Spaß gerade. Das ist das Problem, ich habe ja immer die CODs gespielt und die ersten Wochen nach Release hat es Spaß gemacht. Die ersten zwei, drei Wochen und dann wurden es nur noch Schwitzer, die die Map ohne Ende kennen und dann habe ich keinen Bock mehr immer gehabt. Ich weiß nicht, wie viele Kills es gemacht hat. 15 Mal bin ich gestorben. Ich weiß nicht, wie man sehen kann, wie viele Kills man gemacht hat. Da hast du schon welche gesehen, die waren schon fast eine Woche nach Release, waren die dann schon Platin oder wie das da heißt. da bist du nicht mehr aus deinem Spawn rausgekommen, da musstest du wirklich die Lobby wechseln, weil die dann einfach nur noch in den Spawn reingeballert haben. Test, 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 Test. Ja ne, mein Mikrofon ist außen. Und ich habe früher gerne, gerne aber auf Konsole eben gerne Battlefield zwar gespielt, Battlefield 4 und so habe ich auf Konsole geliebt auf PS4, aber danach mit Battlefield 1 und so ist das alles irgendwie bei mir eingeschlafen, weil ich dann auf PC gewechselt habe und bei PC einfach zu schlecht bin. Ein Tag und 20 Stunden, also knapp zwei Tage noch online. Es ist 20 Uhr Montagabend. Guckt mal hier mit auf Playstation. Das ist ein Spielstelchen. Hat einer. Und Crossplay ist auch drin. Leck. Battlefield fand ich immer schöner, dass du diese Zielaufgaben hattest, dass du Wash hattest mit dem Teamplay, dass einer Sunny war. Also ich war ja immer Sunny, hab die Leute immer wieder hingestellt. Einer ist, dass du die verschiedenen, Kohle Maske, so die verschiedenen Klassen hattest. Das fand ich bei Battlefield immer so geil. Ja, ich hab in Battlefield 4 angefangen, hab inzwischen immer Battlefield 3 gespielt, aber Battlefield 4 war echt Liebe. Dann hab ich auf der PS4 bestimmt tausend Stunden gesehen gehabt. Auch hier haben wir ganz viel Let's Plays davon gemacht. Ganz viel aufgenommen. Immer wenn ich eine gute Runde hatte. Damit hab ich ja noch nicht gestreamt. Damit hab ich ja nur aufgenommen. Wir haben die Führung verloren. Oh, ich bin auf Platz. Äh, 3. 2. 3. 3. 3. Da hat mir grad jemanden in den Arsch gepackt. Das Ding ist, es gibt Teamfunkte. Ich weiß nicht, wofür es Teamfunkte gibt. Dass man in der Nähe vom Team spielt. Was ist der denn für ein MG? Nee. Das finde ich im Zweifel besser als bei Veloand oder so, dass du diese schnellen Einstiege wieder hast. Äh. Dass du bei Warso, dass du dann nicht ewig auf den Einstieg warten musst oder so, wenn du direkt wieder im Spiel drin bist. Kampfrot verfügbar, was ist Kampfrot? Mach das. Der ist oben auf dem Dach. Der Feind fällt zurück, nicht nachlassen. Wir sind in Führung. Du gehst nicht mehr raus aus dem... Verbündete Aerosolbomben gestartet. Verbündeter Marschflugkörper nähert sich dem Ziel. Die Hände erfolgen. Weiter so. Feindliche Drohne ankommen. Flinke Hände. Wie geht die Munition aus? Taktisches Warten. Ich hör die da laufen, da sind welche noch unter mir. Ja, den hab's gehört. Jetzt wär ich da rausgegangen, aber dadurch, dass ich die direkter gehört habe... Gute Arbeit. Druck beibehalten. Fahrzeuge werden ins Einsatzgebiet geschickt. Feindliche Drohne aktiv. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Oh, guck mal. Schön. Schön. Aufsicht. Wie gesagt, ich mach nur Kills, weil das wahrscheinlich eine Noob-Bot-Lobby ist, weil ich hier mit anderen... Noobs in einer Lobby bin. Ansonsten würde ich hier wahrscheinlich keinen einzigen Kill machen. Also ich weiß, dass ich es nicht gut bin. Das ist mal ansatzweise. Im Gegenteil. Ja, klar. Okay. Aber das ist meine zweite Runde, gell? Wechsel das Magazin! Das sind Drohne online. Alter, wie viel sind denn über mir? Ah, der saß aber! Äh, mein Battletech? Ich hab keine Ahnung. Rettungsdackel? Ich hatte das früher mal gespeichert, Blizzard. Ich glaub auch, Rettungsdackel. Guck mal, ob du mich in der Rettungsdackel findest. Oh, das war grad sehr laut. Ich hab keine Ahnung, was ich in dem Spielmodi machen muss. Ich hab keine Ahnung. Nein. Äh, wie finde ich das denn raus? Ne, warte mal, äh, da. Hashtag 21 6 1 1. Unsere Drohnung heißt das Gewicht. Rettungsdackel, Hashtag 21 6 1 1. Was? Ich lebe noch. Hartliner. Wir stoßen vor. Halte den Druck auf. Verbündete Bomben, Drohne aktiv. Verbündete Drohne im Einsatz. Nein. 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 Ein Teil des Scheids aux dass dit. Nein. Stirn Sie beim Auf�нут. das ist genau über mir ich darf nicht erst anvisieren ich muss eigentlich ein bisschen mehr aus der hüfte schießen die sitz die sitz die falsche tasse gedrückt für nahkampf kann man sich heilen kann man sich heilen wir haben nicht rettungsdaten rettungsdaten ohne el rettungsdaten ging nicht weil das so lange ist also ohne el hinten tschuldigung das magazin die kunderschlüssel im anflug verbindet in drohne online zeitlich in drohnen einsatz seid es keine muniz mehr ich hab mal sechs schuss ich weiß aber nicht wie ich wie du in mein game wie ich in dein game joinen kann machen kann ich habe davon gar keine ahnung also wirklich gar nichts das gott habe ich nicht auf muss ich nach der runde mal aufmachen doch kann man gleich machen ja kann er sein dass das bots sind wir sind doch bots oder das sind bots stimmt wir spielen ja bots mit deswegen kriege ich manchmal nur fünf punkte manchmal 100 punkte bei einem kill er war kein bot oder nicht doch er war auch ein bot woran erkenne ich denn wenn sie was ein bot ist und was kein bot ist stimmt das ist ja doof hatte ja noch am anfang gesagt ey da sind bots dabei dann kriegt ich weiß nicht was ich machen soll hier gerade ähm das ist auf jeden fall kein bot ich hatte am anfang noch gesagt ey der gut das das war ein bot ich glaube wenn ich nur einen punkt habe dann ist es ein bot da sind alles bots ja killen muss ich das sowieso aber ich hatte am anfang auch gesagt gut dass bots dabei sind weil ich gar keine kills ich glaube bots werden auf der minimap auch nicht angezeigt ja ich glaube klar ich glaube das ist das war definitiv kein bot der kleine mann war auch kaputt ich weiß nicht wie das ding gesteuert wird das sind definitiv alles laut ich habe mich aus dem panzer ausgeschossen was hat spaß gemacht ein bisschen mit der steuerung zurechtkommt ich bin im panzer ich dachte man kann ihn da oben weg ballern da kommen neue bots das ist kein bot als ich cool finde dass du im anvisieren wie sie magazine wechseln kannst niederlage ich weiß nicht was man im spiel wo die machen muss ob ich irgendwo hingehen muss noch welche gebiete erobern muss aber hey irgendwie packt es scheinlich gemacht zu haben geht es ab und dann ja ja geht es ab und haben ja punkte okay also mehr aufgabe machen anstatt kills aber ich bin schon hier bin schon voll am schwitzen zwei runden schon level 5 frei wird manche sind nach zwei runden wahrscheinlich schon prestige 3 kannst du für playstation spieler pc weiß ich nicht xbox pc aber ist auch gut krass viele playstation spieler mehrheit ja ich hab dich ich hab schon angenommen ich bin auch online ich bin auch online ich gehe mal aus dem vielleicht weil ich hier noch drin bin ich gehe mal hier raus der lobby das erscheint das scheint so was wie so schnell ist also bodenkrieg große konflikte mit fahrzeugen auch obere und halte ziele zum punkten sowas wie wie ist es bei battlefield nicht wasch das haben wir eben gespielt in version ich bin komplett gemütet jetzt müsste ich mich hören Ja, ich war komplett gemütet noch. Kein Problem. Musik ist ja mega laut. Heillos überfordert bei dem Spiel. Das sind, glaube ich, alle. Nein, glaube ich nicht. Gibt es ganz viele, die das... ...Schwitzer. Die jetzt schon Prestige 3 sind. Ich kriege Nachrichten. Mein Penis ist auf YouTube. Solche Nachrichten kriege ich beim Discord. Okay. Weil ich in einem Best-of-Clip drin bin, wo ich das... Schicken mir Leute Nachrichten. Dein Penis ist auf YouTube. Und jetzt müssen wir auf jeden Fall irgendwas erobern, oder? Äh... Ja... ...idealerweise. Hast du schon mal gespielt? Oder ist das deine erste Runde? Meine? Ne, ich bin Level 30. Also fast 31. Weiß ich schon. Also fast schon Prestige. Nein. Das ist auch nicht. Delta wird gesichert. Ich bin auf E. Weiß nicht, wo du bist. Das ist auch nicht. Da hat jemand einen Buggy. Erster Abschuss. Ich hab den ersten Abschuss im Game. ich hab den ersten abschuss der ist ein buggy entgegen gekommen ich bin rausgesprungen und ich hab den aus dem buggy raus geschossen ich habe noch einen abschluss wie kann man sich dann heilen mit welcher taste ich habe gesehen da konnte man sich mit einer spritz daheim wenn das hier ausgerüstet hast musst du gucken wie kann man lehnen links rechts mit welchen tasten gute frage weiß ich nicht nie benutzt ich geh einfach mal hier rüber ich bin gerade bei 10 wir sind so viel gegner und ich treffe kein ich kann bei dir einsteigen ich bin jetzt nicht bei dir gespawnt weil ich mich verklickt habe aber ich schaue vor mir hinter mir kein dackel und doch ist ein gegner gewesen warte 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 wo du bist du bist du bist du Das ist irritierend, weil auf der Map wirst du mir als orange angezeigt und in der Liste wirst du mir grün angezeigt. Ja. Guck mal, jetzt bin ich hinter dir. Hallo. Der Feind hat Delta eingenommen. Wir kontrollieren Alpha. Ich fand's nicht wohl, geh mal hin. C. Ja, ich denke mal, wir sollten uns auf 1. B, guck mal, B ist hier einnehmen. Guck mal hier. Das ist so einsam und zärtlich. Der hat echt bis jetzt niemand eingenommen. Ja, der wundert mich auch gerade. Wir sind seit halb einer Stunde drin. Schau mal, ich hab ne Ken. Auf dem Haus gegenüber ist einer. Warte, gerade einer gespottet. Oh. Genau der. Wir kontrollieren Bravo. Da ist ne Drohne über uns. Kommt ein Panzer an. Ähm, Panzerauto. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Äh. Was ist denn näher? Ja. 2-9. A, B, C, D, E, F, G. Gehen wir die. Ich muss unbedingt... Ähm, ich muss unbedingt meine Maussens da nochmal anpassen. Fight nimmt Alpha ein. Kannst du auch jetzt machen, wenn du möchtest. Ach, war ist gut. Jetzt, die Uhrzeit. Das muss ich ja erstmal testen. Das dauert ja ewig. Zielobjekt Delta wird gesichert. Nein, da kann ich... Ich bin kein... Oh, jemand ist B. Wir sind D. Ich hab dich gerecht. Ich hab den König... Ich hab den König getötet. Oh, er hat's so gut gemacht. Wir haben D. Nice. Ich war gestunt und hab nicht gesehen, dass das mein eigener vor mir war. Und ich dachte, hä, warum kriegt der von mir so rum? Weil du dann den Namen drüber nicht siehst. Ich gehe E. Äh, warte, ich komme mit. Panzer! Zwischen D und E. Grüße Sie. Panzer, ich begrüße Sie. Hallo, Panzer! Ehe eingenommen. Ja, ich bin auch da. Danke. Zeigen Sie den Delta ein. Das ist... Okay. Vor uns Panzer. Wir haben Delta... Ich hab ne Rakete, ey. Ich nicht. Okay, war meine, du meinst. Also wenn du direkt mit mir spawnst, kannst du dem Panzer direkt eine geben. Okay. Ja, warte mal, jetzt ist er hinter der Wand. Aber wenn du hier spawnst, kannst du dem schönen hier eine... So. Man sollte nicht offen über die Straße laufen, mein Freund. Dann hab ich selbst ich dich. Ich geh einfach mal zur A. Warum werden mir die Panzer durch die Wände angezeigt? Was ist das für ein Hack? Hinter einer Ausrüstung sein. Ich hab total Standards-Ausrüstung. Also ich hab nicht mehr Visier auf der Waffe. Ich hab keine Ahnung, was hier was ist. Also ich werd's definitiv spielen, weil es ja im Battle Pass drin ist. Also ich bin bei A. Ich nehm jetzt A ein. Tromm ich noch nicht. Ich hab' die Führung verloren. Ich gucke in die Richtung. Also wenn ich tot bin, kommt jemand aus der Richtung. Haben wir A schon eingenommen? Ich hab' ihn noch mal ne Rakete reingangt. 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 Also wenn du bei mir spawnst, kannst du den Panzer noch mal ne reinhauen, der ist direkt vor mir. Hab' ich gemacht, aber das hat mich Ding in ein Haus gepackt hier. Ja, also ich steh' an der Treppe, wo du gestorben bist. Und? Äh, unter dir ist hier. Ich hab' seinen Schatten gesehen, dummerweise gehen die rechts lang. Und da siehst du die Schatten von den Leuten. Neues Magazin! Ich hab' ihn schon gemacht. Und ich geh' aber nicht raus, weil da draußen zwei Panzer fahren direkt vor der Tür. Da war schon wieder einer, oder? War das? Oh, mein Visier. Du könnt' ja A wieder einnehmen. Aber da sind zwei Panzer. Ah, den hätt' ich eigentlich erwischen können da drüben. Siehste, der kämmt nämlich auch in dem Hauseingang. Die haben nur noch A. Ne, die haben C eingenommen. Ach, scheiße. Dann gehen. Dann gehen. GmbD. Ja, genau. Guter Plan. Bin nicht einverstanden, Chef. Wollte gerade bei C spawnen. Spawnen. Weiter. Scheiße. Also versteh' ich auch nicht. Für mich war ich schon hinter der Deckung. Okay, und für ihn war ich noch nicht mal ansatzweise hinter der Deckung. Und. Also. Verbündete Drohne im Einsatz. Feind sichern ECO. Zielobjekt Alpha gesichert. Ich würde dich gerne wieder hinsteigen. Guck mal, da drüben liegst du. Oh. Ich hab ganz viele Gegner hinter mir. Ich hab richtig viele Gegner hinter mir. Gleich Wasser. Äh, schieß da mal. Ich glaub ich hab keine... Mom hat, Mom hat meine Waffe nicht geschossen. Die Drohne umkreist das Gebiet. Feind nimmt Alpha ein. Feindliche Drohne über uns. Ich geh mal zu Alpha. Kann ich nicht, weil es eingenommen wird. Der Feind hat Alpha eingenommen. Warte mal, ich kann hier in den Helikopter rein? Kann ich da rein? Wie kann ich denn bei dem spawnen? Hä? Ich hab die Granate noch piepen hören. Warum nicht? Was? Achso. Ich krieg ständig irgendwelche Raketen an mein Kopf. Keine Amo kann ich sein. Ich bin ja kurz vorher erst gespawnt. Und hab nicht wirklich geschossen. Und deswegen hat ich mich grad gewundert. Ich hab wirklich linke Maustaste gedrückt. Weil ich hatte hier ein Visier. Ewig lang. Und es kam bei mir kein Schuss raus. Hast du diesen Delfinsprung gemacht? Nee nee, ich war ja noch in der Decke. Der Fall hat einen Marschflugkörper gestartet. Zeitlich die Drohne im Einsatz. Ich wunderte mich grade, aber... Ist jetzt auch egal. Bearbeite mal ausrüsten. Äh... Ich muss doch mal nach der Runde, muss ich mal gucken, was ich an und aufsetzen auf die Waffe. Aua! Ach der Panzer da oben. Und echo rein. Ja, ich mach das auch nach der Runde. Weil das flackert so eklig. Fagi. Feindliche Drohne aktiv. Können wir sein, dass wir grade ein bisschen was verlieren? Verbündeter Neurser Schlag mehr hat sich. Ich komm mal bei dir hin. Ich glaub, wenn du im Gefecht bist, kann ich dich nicht... Wir verlieren Bravo. Verbündete Bomben Drohne entstand. Viel Objekte älter gesichert. Der Feind setzt eine Konterdrohne ein. Hm. Schaden sind gesichert. Feinde im Einsatzgebiet bestätigt. Verbündete Drohne im Einsatz. Weiß nur das neue Einsatzgebiet. Wird direkt vor mich hingelegt. Dipp. Au. Uh, ich hab Panzer. Panzer, ich begrüße Sie. Ups. Feind nimmt Delta ein. Feind nimmt Bravo ein. Feind nimmt Bravo ein. Der Feind hat Bravo ein genommen. Verbündeter Wiesoll im Anflug. Der Feind hat Delta ein. Zielobjekt Charlie gesichert. Unsere Drohne umkreist das Gebiet. Ah, da sind drei Gegner drin in dem Haus. Geh mal auf. Geh mal auf. 13 Kills habe ich bis jetzt. Du hast 14. Noob. Wo gehe ich denn hin zu 10? Wie gesagt, ich glaube, dass es einfach nur Lobby sind und ich dadurch ein, zwei Kills mache. Okay, was war das? Irgendwas ist gerade bei mir im Haus explodiert. Also, wir im Haus. Feindliche Drohne aktiv. Feind sichern Alpha. Also, in dem Spiel gehe ich immer äußerst ungern irgendwo. Genau deshalb. Wir verlieren Alpha. Wir verlieren Charlie. Wir verlieren Echo. Ja, ich kann nicht fahren. Halte die Drohne irgendwann. Erfahrende Tastatur ist äh, anders geil. Hallo? Geht mir den Panzer hier. ach das bin ich auch wenn ich habe damit gesichert gut sie haben sie da kommt da ist direkt vor mir gerade eine heli runtergekommen umlaufen fallen helis vom himmel gegner wo bist du eigentlich flugzeug ich lauf nach richtung d helder den hätte ich doch das war erst einer headshot sind einiges an gegnern wieder richtung die alle wahrscheinlich auf dem dach überall ich gehe ding ist ich was du finde ich kann links nicht auf deinen namen klicken damit ich dich direkt dass du direkt bei dir spawn kann da bist du bist im kampf deswegen kann ich nicht wenn du bist tot dass ich direkt bei der reiste das die musik wird irgendwie spannend irgendwas passiert ich weiß nicht was was ist eigentlich ein panzer der geld umrandet ist dass da jemand drin ist du tot bist vermutlich aber ich habe noch echo noch schnell geholt es macht spaß und lagert bei mir das bild so macht echt spaß das ist halt cod 13 kills 8 erobert 11 mal gestorben ich habe eine positive karte wird ich mal sagen ja du bist halt cod ja irgendwie rang 7 bin ich so jetzt können wir mal gucken ich mache erstmal alles drauf was ich habe ich war nicht fertig ich schon wirst du dir das holen oder wirst du spielen nach release 28 kommt es raus kein ein monat ich habe schon gekauft achso ich hole es mir über den xbox game pass da ist es ja kostenlos wenn es gibt wieso nicht also wenn man könnte dann wahrscheinlich zusammen spielen ich habe es auch nicht dich gemeint white snow weil ich weiß du bist zu alt und hast nicht mehr die die reflexe um andere menschen zu töten ich sehe nichts ich habe schwarzen bildschirm ich weiß nicht wer hier gerade gesichert wird und ist auch wir müssen noch bisher das ist ein Hörspiel COD Hörspiel Bum 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 Alpha wird gesichert Bum 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 wir verlieren Cäsar Bum 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 ja jetzt ist es und auch von uns ich bin in Aktivität rausgeflogen Prozent kommen raus und in deine Gruppe wird man fest ich hätte auch bei dir beitreten kann ich hab dich befördert danke jetzt muss ich aber mal gucken ich weiß keine Ahnung nee Social Spielen Rotenkrieg war das was wir grad gespielt haben ich bin schon Level 7 ist nicht mehr weit von Prestige 3 yes warum hast du so ein cooles Bild brauchst du ein Bild haben äh Beta müsstest du auch kriegen oder haben eigentlich das ist alles Leute die ich hier nicht kenne ey wer ist online Geisterzwerg ich weiß nicht wer Geisterzwerg ist jetzt meine Freundeslisten mal clearen mit dem Fliegennetz in der Fresse sehe ich schon echt ziemlich gefährlich aus Kissen vom Kissen hinten ist weg das merke ich voll wenn ich mich zurücklehne jetzt kannst du deine Waffe nochmal glaube hab schon hab schon hab schon hab schon ich hab jetzt ein Visier drauf was irgendwie nach links und rechts wabbert hey wie komisch ist das denn nie gesehen nie gesehen Boden Krieg Baseplate und Saber 1 die Zielobjekte sichern Angriffsfreigabe für alle Zielobjekte ok er ist schon mal Sniper heute ja ich weiß nicht wo ich hin muss da irgendwo hin keine Ahnung wo ich gerade hingelaufen bin Echo wird gesichert ich bin mal zu D gefahren ich bin C sie haben wir die haben wir auch gleich ich fände es ja schön wenn man den Radius sehen würde auf der Minimap ähm wie weit diese Punkte gehen äh ist doch gerade einer mit falsche abgeschwungen hier ich hab hier gerade ein Gegner gesehen wir verlieren Charlie ah doch gerade Charlie wie verlieren Charlie no ok man kann schwimmen in dem Spiel das könnte jetzt eine Weile dauern das war jetzt nicht so intelligent von mir hmmm hmmm hmm hmhm ohhhm hmhmhm hmmmhm der hat was gefressen was denn wir haben verlohren ich bin auf die wir sind gegner ich habe irgendein turk habe uns beide gekillt ich habe irgendein turk dass ich die fußstapfen von den gegnern sehe wenn die irgendwo lang laufen das ist vergessen wie das heißt da ich nur ein perk ausgerüstet habe wird es der wahrscheinlich sein keine ahnung ich habe irgendwas ausgerüstet und hast ja eben gesehen mit diesen rosen hat die kamera wird auch eine spielte auf deutsch der akuma spielt wahrscheinlich auf japanisch tatsächlich ist es gerade auf deutsch ich bin enttäuscht was da los ich musste mal installieren und habe vergessen mit zu installieren wenn eine durch zufall gesehen die spielt velowend auf japanisch oder was das war oder koreanisch das heißt bestimmt auf deutsch fußspuren sichtbar macht zeug fußspuren sichtbar macht ist das so ein flair wo man gegner mit sieht also der hat mich da fußspur fußspuren sichtbar macht zeug ich bin mal bei dir unter mir gegner aha meiner panzer mine ich habe mal die mine da weggeräumt die damit du nicht rein rennst danke wir haben relativ wenig ich gehe mal zu charlie okay das war ich mach die tür auf in der sekunde fährt ein bucky an mir vorbei ich habe mir eine controller bestellt alter das war aber ein headshot du hast den controller bestellt kommt da jetzt noch was oder war das die ganze information ich werde versuchen mit controller zu spielen und panzer ist so laut oh mein gott ich weiß nicht wo du bist da bist du ja das bist du auch nicht bist du das ist auch nicht mtv mannschaft das bist du nicht ich würde gern links einfach auf den namen klicken und dann direkt da bist du das nicht das bist du bist du auch nicht ich sehe nicht wo du bist auf der minimap da bist du was ist hier los da ist einer auf dir drauf und schießt ja was soll ich machen weil der niemand einsteigen ja ich bin gespawnt und er hat mich direkt getötet das war ein fehler das war hinter uns hinter uns einer down kommt einer hier an der hausecke ja man die sind ja überall rechts links in den felsen sind auch eine hast du geklippt weiß noch ich weiß nicht wo ich spawnen soll c c c ja ich bin bei dir ich hab deinen rücken gegenüber dem haus auch so geil dir passiert nichts ich bin instant tot der scheiß Gewintern both ich f um lange kräfte ja selto hier ich bin zu hier ci textured flugzeug und springen runter a-bar c ist blockiert wir haben wir main c die c ist blockiert weil irgendwas aber wir sind ungefähr 20 von unseren leuten wie kann das umkämpft sein ist überfordert ja wenn du es sobald es erstellt das ist erstellt du kannst du keine links bei mir posten sah echt geil aus oder tür auf und fährt ein feindlicher bucky vorbei also sobald du es erstellt hast sobald du den link zur verfügung hast ist es erstellt als erstes muss ich mir nahkampf angriff auf einem auf der maustaste legen was machen sie in dem lkw habe ich sie erwischt wollten sie an sich rumspielen die ersten gegner gewesen wäre tot gewesen ich bin so stolz auf dich ich bin so stolz was bist du denn ich wollte das hacken ich bin tot bei b was ist das für eine lobby die ist komplett anders als die anderen naja das sind alles nur lobbies weil ich noch ein noob bin aber bei b also wenn alle bei b sitzen einige der muss auch gedacht haben was macht er denn da wir spielen hier nicht mit nichts zu sein nicht ich dachte weil ich so nicht okay wir haben B Nimm mich mit, nimm mich mit ich bin Level 30, ich weiß was Blues sind, was nicht ja, wobei ich, wie gesagt, ich habe mich auch zum Obernoob zähle ich muss sagen, Sniper weg wollen ich weiß nicht, ich kann mich hier nicht raus trauen ich höre hier übelst über freies Feld laufen, um hier woanders hinzukommen ich bin bei B jetzt kommt ein Heli, dann werden sie wahrscheinlich gleich abspringen auf B naja toll, 3 Sekunden und ich sterb nochmal, ich bin grad ein bisschen lost hier hinten wir verliehen bravo feindlich erstelter die Mission, haltet um Rückzug feindlich in hohem Einsatzgebiet ab verbündete Ruhe oder rein jowals nur schlappgut ich hab's auch schon wieder mit zwölf zurück zur Basis das ist vielleicht kein Geld aufhören ach, Kills jo, bis die Tage Sir Humu wundert mich dann, dass da noch keine Prestige Leute unterwegs sind die Beta ist doch schon seit drei Tagen online ich hab heute, irgendwie heute Morgen irgendwie eine halbe Stunde nachdem die Beta online war also Open Beta für alle habe ich auf TikTok das erste Video gesehen Deutschlands erste Nuke eine halbe Stunde oder eine Stunde später dachte ich mir so alter ja, Nuke sind hier nicht so was besonderes echt nicht? mhm er kommt drauf an ob es Boden Krieg war ob es keine Ahnung ich hab nur gesehen und hab nur gesagt ach Spitzer hab weitergescrollt alter was hast du für Venen am Arm ey sieht nicht sehr gesund aus Dark Shadow Level 1 Noob so als Bodybuilder hast du weitere Gefäße für einen besseren Durchfluss von Blut das nennen wir Rettungsdings Porno solche Venen die sind absolut die sind das Problem ist das Gewebe darunter leider manchmal nicht so fest ist dass die da gar nicht wegrollen beim Punktieren aber wenn du so einen hast ist absolut dankbar wenn du so einen chirurgischen hast der irgendwas und du musst da irgendwie einen Zugang legen solche Venen sind absolut dankbar weil die sind einfach nur einfach nur gut ja hatte auch schon solche Situationen ich bin auf dem Weg zur A ich bin auf dem Weg zur A ok 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 viele unter vorrangig konsumspieler sind nicht sehr zufrieden mit diesen ok weil die ein movement hier genutzt haben die sie gerne verwendet haben das leiten oder was da ticken einige richtig aus nein ja cd ist ja eigentlich immer so ein konsolenspiel gewesen also playstation 4 gegenüber battlefield was er bettet war ja eigentlich mal so pc spiel bettet viel spieler sagen auch mittlerweile ist ich bin lieber zu battlefield ist völlig oder was da war das gerade laut wir neben dir gesprochen und hörst nur boom ja jemand wollte rüberschnitten springt ihr mal draus ab und deswegen macht auf fall of duty mittlerweile mehr solchen content wie diesen hier bodenkrieg invasion naja das hat sich früher war das ja wirklich solche sachen weniger ja was bin ich wieder hier hinten ist okay aber hier ist nix los und es ist ewig weit weg vor uns hinter der mauer also die im auto sind tot feindliche drohne aktiv was hat er denn geschossen also man merkt manchmal dass dieses andocken ich schieße ein halbes magazin auf er auf ihn er dreht sich um und trifft mich dann ich weiß was du meinst bei mir habe ich ein halbes magazin drauf geballert also es ist so dieses dieser netcode manchmal also es geht so eh versuch es jedenfalls die vögel über mir machen mich nerven mich ich denke mal da springt ein fallschirm über mich drüber das war schlecht ne ich bin auf wallzone 2 gespannt werde ich denke ich spielen und es wird das erste wallzone was ich so spiele also wenn es so bleibt wie jetzt mit movement und was weiß ich ich habe das erste wallzone ein bisschen gespielt also nicht viel aber ein bisschen das hat mir irgendwo ganz spaß gemacht aber das ding ist ich habe es immer alleine gespielt ich habe keinen mit der mit mit gespielt hat und habe ich dann irgendwann aufgehört ja verstehe ich ich schieße da auf mich vorhin ja von hinten kam ein sniper die ganze zeit wir haben Charlie verloren der versatte wechsel magazin könnte mal warten mit dem sichern bis ich da bin ja super ich sehe auch keine gegner hier sind ganz viele totenköpfe also ich vermute man dass da gegner sind da sind ganz viele von uns gestorben aber ich da bin die sind wahrscheinlich alle in dem haus drin wir verlieren echo hinter mehr die logik Charlie ist kompromittiert und es zurück ich habe einen kill gemacht ja ich glaube wir werden Zeuge von einem Juk ich bin es ich bin ich bin ich kann fahren gleichzeitig schießen dämlich ist das denn ich dachte die ganze Zeit dass jemand anders fahren kann der Fall hat einen Marschflugkörper gestartet Zielobjekt Delta wird gesichert Zielobjekt Bravo wird gesichert Feindliche Drohne in Mordens Alpha wird gesichert Verbündete Konterdrohne online Feindliche Drohne in Mordens Feindliche Drohne in Mordens Ich bleib einfach stehen vor dem Panzer das ist super Zielobjekt Delta gesichert Verbündete Mörderschlag herzig Wir verlieren Delta Weiß nicht wie weit der durch Wasser fahren kann Was denn? Achso mein alter Nein Nein Der Feind sichert Echo Stirbst du nicht? das russischer panzer oder was wortel es ist jeder trifft nicht das ist das problem ich versuche mit der mit der fahrsteuerung zurecht zu kommen gleichzeitig zu schießen ich würde jetzt zu werter fahren also unten die anzeige grau und rot ist quasi dein lebensanzeige also okay bei bs kann einiges los sind doch gerade viele gestorben diese geräusche von diesen die richtung geschossen oder gegner war sehr gut dass das ganze team hier aus wir haben sehr viele ziele verloren ja es b ist hierhin du kommst ja vom b so schlecht auch wieder weg was die brücke oder sehr viel wasser Ok, wo bist du denn hier? Oh nein, der Arme, der mich getötet hat, dem geht die Munition aus. Ich weiß ja nicht, ob es eine gute Idee ist, mich in einem Helikopter am Steuer zu spawnen. Auf jeden Fall gehe ich über C runter. Wir verlieren Alpha. Äh. Verbündetes Geschütz online. Feindliche Drohne aktiv. Wir kontrollieren Delta. Das Camper. Feindliche Aerosolbomben bei eurer Position. Ähm. Hilfe. Zielobjekt Alpha ist kompromittiert. Der Fighter obert Bravo. Hilfe. Alleine. Zielobjekt Bravo ist kompromittiert. Holt es zurück. Was hier? Ich bin mir nicht sicher, aber wir haben vielleicht ein Ziel da drin. Bei uns oder bei denen? Bei denen. Wir verlieren Echo. Wir verlieren Echo. Ich bin alleine bei C. Und sicher. Der hat mich aus zwei Kilometer weg gesprayt und hier der Schuss hat gesessen. Alter. Wie viele Gegner sind denn hier auf einmal um mich um der Minimap rum? Ja. Das ist keine Chance. Sieh auf einmal die ganze Minimap nur noch rot um mich rum. Bist du denn? Ja. Es ist so manchmal so unsinnig. Ja. Es geht nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Kommt. Bravo krieg' man noch. Der Feuch der Robo Nelko. Verbündete Drohne Online. DG. Wir haben keine Zeit mehr. Rückzug. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. B hol ich noch. B hol ich noch. Jawoll. Wir haben es noch Gold. Nice. 6 kills achtmal gestorben ich habe einen neuen aufsatz für meine waffe ich habe einen neuen anbau aufsatz 45 schuss magazin cool richtig viel machen so kann ich noch schafft er ist nach hause gekommen herzlich willkommen bei dir zu hause die spritze kann ich noch nicht ausrüsten ich habe kalte füße ich habe wieder den schwarzen bildschirm dass ich wieder wie eine inaktivität rausfliege ich habe bildschirm du bist noch drin seit letzter woche bin ich jetzt immer von 6 bis 18 uhr weg montag bis weiter was machst du denn wir nehmen also ich hab wieder wie das kleine wird wahrscheinlich aber bleibt drin dann kann ich ja dir noch ausbauen zielobjekt delta gesichert die führung gehört uns zielobjekt echo gesichert immer noch schwarzen bildschirm ja und ich bin raus ne irgendeine fehlermeldung kann bei mir die leider sehr kryptisch war klickst du mal weg was passiert sei dann bin ich wieder auf dem schwarzen bildschirm ich kann ja auch nichts machen ich komme jetzt aber warte mal jetzt wegen inaktivität rausgeflogen ja ok äh geht ja gar nicht schnell warte mal Moment dann ich kann ja dir wieder rein spawnen beitreten so also bist du mir jetzt beigetreten ne achso machst du einen kurs um eine ausbildung zu finden und hab da auch berufsschule A ok vom arbeitsamt wahrscheinlich oder so ich bin raus weil sonst wärst du nicht reingekommen ok äh im Moment bin ich jetzt bei dir drin mhm aber du hast wieder den Lied also ja sehr verwöhnt das macht aber Spaß also bist du jetzt erst zuhause 12 Uhr das ist extra vom Betriebswerk der hessischen Wirtschaft also ok ich drücke dir die Daumen dass es was dass es erfolgreich ist dass sie dann das ist dann ausbildungstechnisch Leute macht ne ausbildung das ist wichtig sonst endet ihr wie ich Moment drei ausbildung und zwei staatsexamen wird schnell ja drück dir die Daumen Gott sei Dank sind ist heute der der Stellenmarkt Ausbildungsstellenmarkt ja ganz gut ähm dummerweise nur wenn man was explizit was bestimmtes haben möchte dann wird's wahrscheinlich immer doof aber wenn du jetzt sagst ich willst jetzt einfach nur eine Ausbildung machen und hast jetzt da jetzt keine Präferenzen dann ähm der Markt Gott sei Dank glaub ich war bei mir damals nicht so damals ne Ausbildung in der Gastronomie gemacht weil du nix anderes gefunden hast dummer ist das Abi abgebrochen äh in der 10. Klasse und hab mich dann mal ausspielen und die haben natürlich dann so alle gesagt ey wenn dein Abi abbricht warum sollte er dann die Ausbildung weitermachen wahrscheinlich und hab nix bekommen Stimmt 30 35 40 Bewerbungen damals geschieben Ich bin ehemaliger Förderschule Was bist du? Ehemaliger Förderschule Förderschule ich hab's eben nicht verstanden ja du mit deiner Erkrankung ist äh verständlich ich hab ja jetzt auch mein Fachabi und hat ja ähm zwischenseitig studiert ah das war auch ein Gegner bei C hängen ganz viel rum ähm hab zwischenzeitlich studiert musste das aber wegen der Erkrankung dann wieder abbrechen weil es einfach zu teuer war weil ich äh Fernstudium gemacht habe ähm nebenbei okay geht sie ich auch ich bin bei dir gespielt mach doch nicht die Scheibe kaputt heben waren die ganze ah 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 da wo du gerade durchgerannt hast durch den Raum da ist er da ist er da ist er da ist er da läuft noch einer rum rechts von mir den Objekt Charlie gesichert seh niemanden ah ich hab nur Schritte gehört feindliche Drohne im Einsatz und da kommt einer bei dem Mülleimer vor mir hinter dem er hat mehrere Hits hinter dem Mülleimer ich laufe vor ach wo bin ich jetzt drin ja der Rucksack ist er immer noch da oder ich weiß es nicht ich werd hier von anderen gewallbanked also ich weiß nicht ob bei dem ja das sind auf jeden Fall war's heute auf der Messe mit Aki ah ich hab das gesehen nebenbei dem Stream ich war ab ähm diese äh Vegetarier Messe in Frankfurt ich hab mal ich hab mal kurz reingeguckt ich hab mal kurz reingeguckt umkämpft oder shit ich hab leider die letzten Tage ähm wenig gemacht weil ich ja bis Mittwoch wieder im Krankenhaus lag wieder Chemo bekommen habe und mir dann ist Donnerstag Freitag nicht so gut ging also ich bin heute auf den ersten Tag geworden Alter was war das denn für ne Waffe ne Vektor ähm äh also wie oft bekommst du so Schema alle drei Wochen krieg ich jetzt ich hab jetzt zwei Wochen Ruhe ich muss nur zweimal die Woche nächste Woche das ist laut also nächste Woche muss ich zweimal hin übernächste Woche nur einmal und dann über übernächste Woche krieg ich wieder also ich hab jetzt zwei Wochen Ruhe ich kann jetzt wieder viel zocken also mir gehts ja heute sehr gut muss ich sagen ich hatte auch fremd viel Spaß warst du noch nicht da aber als wir wir haben ja fünf Stunden lang Julian Bam Videos geguckt der gleiche hat mich auch gekillt ich hab nur kurz reingeguckt ähm ich hab nicht wirklich verfolgt ich wenn dann wenns wenns mich nicht interessiert lasse ich den Stream trotzdem meistens im Hintergrund laufen damit die Leute ein bisschen unterstützt werden und die Watchtime und so kriegen äh was mach ich jetzt wir gehen mal zu zäh wir gehen nicht zu zäh wir sind ganz viele die und mir waren ganz viele die und mir waren ganz viele die und mir waren ganz viele ich glaube vegan wäre noch geiler glaube ich das ist ein Gegner bei der Name da noch stand dieser Norman ich bin vielleicht im Mai ähm ich weiß es noch nicht im Mai in Frankfurt vielleicht kaufe ich mir Karten für fettes Brot für die Abschlusskur für die Abschlusskur es war eine veganmesse stand da nicht irgendwas von vegetarisch ich hab nur was gelesen von vegetarisch ich hab keine Ahnung was hier abgeht ich hab auch nicht ich hab auch Team jetzt geschossen ich hab auch seinen Kopf getroffen ja also manchmal der Netcode ist Katastrophe die Map hier ist viel schneller weil die Punkte viel näher zusammen sind ich hab doch nicht ich hab doch geschossen bei der wir in der Kurse gesichert feindlicher Marschflugger beim Anflohnen wir verlieren Charlie feindliche Drohne aktiv ich hatte noch etwas gelesen ist auch gut was losgekommen ich sehe immer wieder leute auf der mini wird das war das war fünfter abschuss in folge das wäre der sechste wenn ich hätte aber jetzt einen marschflug körper bekommen ein feind spaß haben willst kommt zu zäh wir sind gegner in deiner willige gegner in deiner nähe wollen willig willige gegner deiner nähe wollen spaß suchend deinen kontakt kämpfe hier vor uns hin Was sind denn die Gegner? Ich kann nichts machen Alles gut Wir übernehmen mal C wieder Kämpft Der Feind sichert Echo Feindlicher Marschflug auf einem Anflug Wir erobern Delta Lade nah Okay, das war Peter Bravo wird gesichert Jetzt konnte ich wieder nicht schießen Ich glaube, wenn der noch im Nachlader Der hat schon nachgeladen Ist aber manchmal noch in der Animation drin Und dann kannst du zwei, drei Sekunden nicht schießen Die Drohne hat keinen Treibstoff mehr Hey guck mal, 15 Kills Läuft dezent bei mir Wenn ich nur am Campen bin Und ich werde da abgekämt Also sechs Leute oder so von mir in einem Raum Von unserem Team Ein Gegner kommt rein Wer stirbt? Wetten können abgegeben werden Das ist ja eine leichte Wette Ja, das ist eine ganz leichte Wette Was ist denn das für ein Gepiebel? Wir verlieren Echo Unsere Drohne umkreist das Gebiet Der Feind hat Echo eingenommen Feindliche Konterdrohne in der Luft Ich hab wieder gedacht, wir wären Freund Weil dahinter dieser grüne Punktwand Deswegen hab ich zu spät geschossen Jedes Mal Einfach drauf schießen Einfach drauf schießen Scheiß drauf Es gibt ja kein Friendly Fire Ich verstehe nicht, wieso wir gerade so krass viel verdienen Die holen schön die Punkte Kann ich dir nicht sagen Naja, die machen natürlich Memo an mich selber, Leertaste ist falsch Ja Mit Pecher war ich jetzt der letzte Kill Ne, war ich nicht Doch war ich Das war ich Wer guckt da da hoch, weil ich da runtergesprungen bin Wie geil 16 Kills 16 Mal gestorben Oh, ich hab ein bisschen was freigeschaltet für die Waffe Was ist das? Ich hab ein wenig was freigeschaltet für die Waffe Ich hab ein wenig was freigeschaltet für die Waffe Wie kann man denn Wie schaltet man denn Waffen frei? Leveln Ich bin doch jetzt schon Irgendein Level bin ich doch schon Da müsste doch schon mal eine neue Waffe mittlerweile freigeschaltet sein Jetzt schalte ich nur von meiner Waffe Attachments frei Das ist jetzt immer noch die erste Waffe Das erste Sturmgewehr gefühlt Ich habe jetzt nicht alles durchgeguckt Aber Es hat sich auch noch nicht aufgefallen Ich habe schon wieder einen schwarzen Bildschirm Das heißt ich fliege gleich wieder raus Immer noch? Ja ja Ich glaube das Ich glaube ich habe auch eine Ahnung Womit das zusammenhängt Wenn ich beim Runden erstellen Im Waffenmenü bin Da muss ich mal drauf achten Wir kontrollieren Echo Wir haben Charlie verloren Oh ja Ich habe schon wieder eine Fehlermeldung hin Ja das ist Ich fliege gleich wieder raus Aber bleib mal drin Vielleicht kann ich dir nachjoin Ich bin schon rausgegangen Weil du rausgeflogen bist Achso ich bin schon rausgeflogen Okay Ja gut Inaktivität Das ist ja nervig Das ist ja nervig Team Deathmatch gibt es noch Stellung Und wenn die Stellung an ein Heredity Das ist ja erst das Punkt Okay Suchen zerstören Gefangenenrettung Knockout Willst du noch eine Runde oder wollen wir Feier machen? Können schon wenn du magst Aber ich befehle Wir können auch ein bisschen Ding spielen Wenn du möchtest Ja lass uns lieber morgen machen Oder so Dann würde ich nämlich erstmal Machen wir noch eine Runde Und dann gehe ich ins Bett Es ist ja schon halb eins Weil sonst hänge ich wieder morgen Den ganzen Tag so durch Bin ja auch schon wieder jetzt Sieben Stunden online Ich gehe jetzt mal schlafen Endlich mal ausschlafen Morgen Ja gut dann eher ruhig Schlaf gut Ich bin jetzt auch schon Level 10 Nach zwei Stunden Ja die eine Runde machen wir noch Und dann mache ich Feierabend Ah Ich habe den Fehler gefunden Dann Ich habe schon wieder Black Screen Und zwar Ich war gerade schon wieder Am Waffenbildschirm Und bin dann nicht Über den Zurückbutton raus Sondern über ESC raus Und dann kriege ich Ein Black Screen Bist du jetzt wieder raus? Weiß ich noch nicht Ich habe ein Black Screen Also ich werde wahrscheinlich gleich wieder rausfliegen Ich warte mal Theoretisch musst du nicht rausgehen Ich kann ja bei dir glaube ich reinschauen Ja aber du wirst nicht rein geportet Also Ich glaube es liegt daran Weil Die Runde startet Ich bin noch in dem Waffenauswahlmenü Habe ESC gedrückt Und dann gehe ich in den Play Ich habe immer noch Black Screen Zielobjekt Echo wird gesichert Ja Genau die Fehlermeldung Dann müsste ich jetzt rausfliegen Ist so ein Reflex da Immer ESC zu drücken Und so Darf ich nicht mehr machen Warten auf Datenzentrum Status Das hatte ich für heute nicht Ja Inaktivität rausgeflogen Moment Jetzt muss ich mal gucken Das überfordert mich ja alles Bist du noch drin? Ja ich trete bei dir Achso Bin kurz für kleine Jungs Jo Der sieht cool aus Ich weiß nicht was Vollstrecker sind Ein ESC abbrechen ist deshalb Okay Jetzt habe ich verstanden Das ist jetzt schon wieder Ich habe nicht ESC gedrückt Und nichts gemacht Ist es wieder passiert? Ja ja aber ich habe diesmal nichts gedrückt Also ich habe es einfach durchlaufen lassen Ich kam wieder zur Waffenauswahl Und jetzt habe ich schon wieder Black Screen Also ich habe nichts gemacht Komisch mir passiert das nicht Zielobjekt Delta wird gesichert Also da stand eben auch ESC zurück Also ESC abbrechen Für die Suche Aber jetzt habe ich nichts gedrückt Ich habe einfach nur gewartet Dass es startet Und sobald die Runde losging Wieder Black Screen Komm mal bei mir rein Wenn ich startete mal das Wir sind in Führung Wir kontrollieren Charlie Moment habe ich wie gesagt noch Black Jetzt habe ich wieder Cult not allowed Von Louis-Tween-Pool Kommt bei mir immer die Fehler Meldung Jetzt ab Komm ich mal bei dir an Beitreten So Jetzt zurück ich mal Machen wir komplett die Hände weg Von Maus und Tastatur Die Wehen an dem rechten Arm Da von der Figur Sind echt schon ein bisschen eklig Also es ist Also es hat nichts mehr mit Pumperwehen zu tun Hä bei mir bist du zweimal im Team Ne jetzt nicht mehr Und ich war eben zweimal im Team Oh ich drück nix Ich drück nix Also wieder die Map Ich drück immer noch nix Also ich bin drin Also ich bin vielleicht hier die Nur die Ausrüstung bestätigt Oh ich bin auch drin Also ich darf nix drücken Was ist der Panzer so langsam? Der Panzer ist übelst langsam Ja, schneller gehen wir nicht Aber jetzt schaut er schnell Geil Da hast du zu Boden gedrückt Den Panzer Der Panzer wird gesichert Das ist wieder die Map Das ist wieder die Map wo die Punkte so weit auseinander liegen Wir verlieren Bravo Charlie wird gesichert Ja gut, Charlie braucht jetzt gar nicht rein Da sind viele gestorben Oh, lad die weit weg Äh, ich hab's grad gesehen Bei Beo, ich glaube, gell Charlie gesichert Der Feucht hat Delta eingenommen Panzer Wir verlieren Alpha Oh mein Gott Der hat nicht verkauft Der hat nicht verkauft Wahrscheinlich schneller als F4 gemacht Oh mein Gott Ich glaube ich gehe zu einem Punkt hin und bekämpfe den Weil du rennst ja eine Stunde lang nur von Punkt zu Punkt Ich war hier Gegner ohne Ende Ich seh keinen Ich seh keinen die Gegner Also ich höre bei mir auch Gegner Weil bei mir ständig Glas kaputt geht Aber, ähm, Richtung Scheiße Weil ich mich wieder nicht entscheiden konnte Der rennt zwei auf mich zu Ich kann mich nicht entscheiden Auf wen ich schieße Und schieße erst auf den einen und dann auf den anderen Anstatt das durchzuziehen Die Map ist nicht geil Ist zu groß, finde ich Jetzt muss man sich mal Dackel mit zwei Frauen vorstellen Da funktioniert es tatsächlich besser Weil ich gehe da Weißt du Da kann ich mich besser planen Also Ich habe mich gerade aufgedeckt Vor uns Gegner Spielverderber Vergeltung Ich wollte dir sagen, dass du übrigens auf einer Mine hängst Feindliche Drohne aktiv Ah, in der Tür, in der Tür, in der Ecke steht er Da, wo ich immer sonst gerne stand Ja, da ist ja das Ding, da können die zwei Da sind es ja nicht zwei gegen eins Sondern es ist einer gegen ein gegen ein Da können die Highcover Da können die beiden sich ja auch miteinander beschäftigen Weißt du Und so hast du ja zwei versus one Das ist ja kacke Unsere Drohne umkreist das Gebiet Wechsel das Magazin Magazinwechsel Verbündeter Marschflugkörper im Anflug Feindliche Drohne über uns Du bist an den Key gebraucht Die ist Open Beta Ostkern Key Cover Du kannst die einfach überall runterladen Die ist seit heute Yes Kausst dann los Open Beta Verbündete Tonnen im Einsatz Noch bis Montagnachmittag oder so Überall Playstation 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 Store suchen Beta Die Frage, wie lange werde ich das jetzt überleben Oh mein Gott Ähm, oder im Blizzard Wie lange werde ich das jetzt überleben Unsere Drohnung heißt das Gebiet Wie kann ich da? Wir haben Alpha verloren Auf Steam weiß ich nicht, glaube ich nicht Ich glaube du musst wirklich Blizzard Äh, ganz viele Gegner Glaub nur Blizzard Gibt's auch auf Steam Ach, war so, war ne Aussage Keine Frage Alter, du bist viel zu viel weit weg da hinten Ich hab keinen Bock immer so weit zu laufen Ja, ich bleibe hier Gegner weg Kein guter Spawnpunkt Also ich weiß nicht, ob es die Beta auch auf Steam gibt Also, vielleicht Oh, jetzt kommen sie mit Panzer zu mir Bin da mal weg, dey Ich hab das Ding noch gesehen Aber dass er so ein Radius hat Das tut mir gerade echt weh Ja, gibt die Beta auch auf Steam Ah, ok Der hat das Gebiet Der feindsicher Delta Komm, was im rechten Auge Oh, da kommen ganz viele Gegner auf mich zu Ich hab' ich hier noch erwischt Den einen Aber sind die letzte Runde jetzt Cover Werfen wir von uns auf Verlösen Sie die Runde online Er ist ja auch noch Stunden, wir sind über die Stunden online Ihr habt die Mission zur Hälfte geschafft Kämpft weiter Ich hab' ich keinen Bock jetzt irgendwo anders hinzulatschen Delta gesichert Böse Onkel, D gesichert Feindliche Drohne im Einsatzgebiet Ich mag die Map nicht Danach Feierabend Bett Tut am Nacken weh und ich bin müde Der feind sichert Bravo Die sind alle so weit weg, die Punkte Ja, Bravo wäre jetzt noch Verbündeter Marschflugkörper eingesetzt Feindliche Drohne aktiv Wir verlieren Charlie Ja, Bravo haben sie gehört Der feind der Robot Alpha Der feind der Robot Charlie Verbündete Drohne im Einsatz Zielobjekt Delta ist kompromittiert Jetzt sind sie bei Alpha Ganz zur Zeit habe ich bei Alpha rumgecampt Keiner da Dann sind wir wieder zurück zu Alpha Dann ist Alpha wieder Und das war ein Sniper Sniper Und noch einer mit der Schockgang Und noch einer Hätte geklappt, weil der Sniper hat in dem Moment in eine andere Richtung geguckt Zielobjekt Delta gesichert Verbündeter Marschflugkörper mehr hat sich dem verbündeten Zielobjekt Echo wird gesichert Feindlicher Marschflugkörper im Anflug Verbündete Aerosolbomben unterwegs Verbündete Drohne Das ist rumgejumpte immer, ey Dieses rumgejumpte Mit allem kleinen Penis, ey Nö, keine Ahnung, kann ich nicht sagen, weil ich einfach noch nicht weiß, ja oder nein Also ich mach ein paar Kills, ich sterbe ein paar Mal Ähm, erstaunlicherweise mach ich Relativ Ja gut, sechsmal jetzt Sechs nur Hatte vorhin auch so mal 15 Kills Ich würde nicht sagen, dass es sehr verschwitzt ist, aber es ist auch ein bisschen später Ja, kann nicht sagen, wie das danach wird, wenn es veröffentlicht wird Es ist halt COD, die werden immer schwitzen Schwitzer werden immer schwitzen Ist halt ein Shooter und, ja Aber es macht Spaß Auch wenn man es mir gerade nicht ansieht, aber die Könnt ihr jetzt mal bitte eh holen, damit ich das spawnen kann Ja, es macht Spaß Verbündete Drohne online Die Map hier ist echt ekelhaft Die gefällt mir überhaupt nicht, weil du einfach so weit laufen musst Das nervt mich Weil du einfach so weit über offene Flächen und alles laufen musst Das gefällt mir gar nicht Die andere Map war geiler, weil da einfach die Punkte so nah zusammen sind Wie kann das sein, dass hinter mir sind zig Gegner, zig eigene Teammates und ich laufe die Treppe auf einmal ist ein Gegner hinter mir Manche verstehe ich das nicht Ja, ich weiß, was du meinst Geht mir auch nicht so weit auf Oh, der Panzer Also ich laufe ins Haus rein Ich laufe an drei Gegnern Äh, an drei Gegnern sei schon An drei eigenen Teammates vorbei Oh, der Panzer Ähm, im ersten Stock ist einer Ich glaube, du grad lässt dich kommen Ja, das ist ein Problem Ich hab keine Granaten Noch 60 Sekunden Dem Fall war die Zeit davon Hinter mir oder über mir? Okay, war wahrscheinlich über mir Verbündeter Marschschutzkaber eingesetzt Das ganze Panzer da unten, ey Keine Ahnung, was ich grad machen soll 30 Sekunden Einfach überleben Ja Ich bin letzter vielleicht Hä, das war doch ein Eigner Hä? Hab ich gedacht Ich hab nicht auf den geschossen Weil ich dachte Das ist ein Eigner Die Missionzeit ist um Es ist vorbei Ja, ich hab die Farbe Gendert So ein dunkler Das ist blau genommen So ein Königsblau Das ist das Beste Bescheide Das war gerade sehr seltsam Mission erfüllt Gute Arbeit Hab mich noch gefreut Dass ich den auf der Treppe mitgenommen habe Und dann ist unten noch ein anderer gewesen Und dachte ich, ja okay Das ist ein Eigner Gedötet von Sushi Schießt sie nicht drauf Aber doch ein Gegner Sehr seltsam Naja, 8 zu 15 Für Fortnite Für das Team Supi